Hey, meine Rabeauken! Wir befinden uns wieder auf den Elimination Tower. Ihr erinnert euch, vielleicht, wir haben in der letzten Episode leider nicht das Finale erreicht. Und Ebro ist eh direkt zweite Runde raus oder so, das ist ja mega die Lusche. Wir sind auf einem Riesentower. Nach und nach wird ein Spieler fertig gemacht und runtergestoßen. Am Ende kann nur einer gewinnen und ich hoffe, dieses Mal bin ich das zusammen mit Ebro. Hi! Hallöchen! Das erste Minigame, wir sollen die meisten Körbe in 90 Sekunden werfen. Der Sieger darf nicht rausgewortet werden. Das ist halt Prestige, okay, und throw your butt. Der Sieger darf nicht rausgeschmissen werden. Das ist halt der entscheidende... Ich war mega schlecht. Hä, es ist ja übelst schwer. Ah, man kann auch hier rüber. Okay, ich hab einen Korb. Und... Hä? Eins! Oh nein, ich hab keins. Das ist schwer. Muss man das gedrückt halten? Nee, nur kurz antippen. Nein! Oh nein! Verkackt, 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 verkackt. Verkackt, verkackt, verkackt. Hä, ich hab den nicht aufgesammelt. Oh, die ist mir auf... Ich hab noch einen. Ich muss zwei treffen, komm. Du musst mindestens einen treffen. Zwei, 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 zwei. Ja, nö, bei mir wird das nichts. Wenn ich fliege, wieder raus. Der letzte Mal bist du weitergekommen. Drei. Kann ich den aufsammeln? Hä? Ich jedes Mal nicht gedrückt halten muss. Ja, nur einmal kurz drücken. Du musst dir nur die Position merken, von wo er reinging. Und dann immer wieder von derselben. Ja, bei mir geht der nie rein. Das hält sich unbedingt der Wissenschaft. Ja, gerade davor sechs Schritte nach hinwerfen. Bumm, Alter. Ich treffe jeden Wurf jetzt gerade. Ist jetzt einfach... Du hast immer noch null. Du musst mindestens einen treffen, sonst bist du raus. Ich hab eingetroffen, glaube ich, oder? Ja, der verschwindet dann so, Parki. Doch, ja, okay, okay, okay. Doch, doch. Das sieht so aus, ob es ein Nehmen ist. Aber er verschwindet dann einfach. Okay, zwei. Okay, nice. Ich glaub, dann bist du safe. Glaub safe hat irgendeiner Null. Ach, nee, nur der Erste wird doch gesaved, oder? Und danach wird es eine Erdnation wird. Ah, ja, da hast du natürlich recht. Nee, beim letzten Mal war es aber an... Oder wie war es denn? Ich kenne die Regeln gar nicht mehr. Auch nicht. Also ich war auf jeden Fall sehr gut. Aber die anderen waren hier auch gut. Die sind auf jeden Fall schon geübt gewesen. War das nicht Zufallsprinzip? Hä? Es macht auch immer so ein Bling. Das ist mir aber jetzt erst aufgefallen. Mann, der schiebt mich. Hau doch ab. Du hast daneben geworfen. Schiebt dir recht. Euch auch. Ende. Oh, nein. Okay, okay, okay. Ich hab einige. Oh, was jetzt? Ah. Oha, Alter. Buh. Oh, ich bin nicht die Schlechteste. Ich bin nicht die Schlechteste. Ganz oben, das ist riesig. Heftig. Aber du bist auch gut. Heftig. Ja, okay. Es gibt ein, zwei, drei, vier Leute, die schlechter waren. Basketball-MVP. Leute, flankt den Like-Button, wenn ihr auch erstaunt seid, wie heftig ich jetzt hier gewonnen habe gerade. Fängt ja schon mal gut an, Leute. Benzenheimer, du... Oh, ich muss drei Spieler... Das ist ja voll gemein, wenn wir zu... Guck mal, ob ich eine heftige Medaille habe. Nee, 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 das ist nicht gemein. Deine Medaille ist richtig cool. Click the red button. Okay, das heißt, ich muss jetzt drei nominieren. Evo, pff. Oh, mein, nein. Ja, ich habe mir nicht gemerkt, wer die Schlechten waren. Ganz ehrlich, Nobody, der hat die letzte Runde gewonnen. Das ist potenziell heftiger Gegner. Ich glaube, die Mädels waren schlecht, oder? Oh, ich weiß es nicht mehr. Es war voll unauffällig. Nee, Nomi, wir, ich... Okay. Ja, Nobody ist halt der gefährliche Dirt. Oh, Nobody schreibt Mano. Ja, es tut mir leid, Nobody. Aber man muss auch klug. Man muss auch klug sein. Ja, ich weiß nicht. Soll ich Nobody rauswählen? Ja, eigentlich müssen wir es schon. Wie er so nach den Daumen nach oben gezeigt hat. Es tut mir leid, Bro. Aber du bist der gefährlichste Gegner. Zumindest nach aktuellem Wissensstand. Du bist der Titelverteidiger. Okay. Wer wird rausgehämmert aus dem Game? Oh, wird das Zufall sein, oder müssen wir jetzt alle wählen? Ich glaube, es wird Zufall sein, oder? Es kann sein, dass es Zufall ist. Nee, ihr entscheidet das nach einem Game. Ach so, du bist ja gar nicht dabei. Ich meine, die entscheiden das nach. Ah, das ist ja cool. Das, okay. Das ist nett. Okay, dann kann Nobody alles reißen. Ja. Okay, der Erste, der die roten Buttons drücken, sind weiter. Und der, der die halt nicht berührt, weil der Letzte von allen dreien es hat. Verloren. Ja, Nobody. Jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Ja, Nobody wird safe, nicht rausfiehen. Oh! Ah, okay, okay. Die ist respawn. Oh, Nobody ist dem Druck nicht gewachsen. Ja. Ohne Witz. Aber die anderen fallen safe nochmal runter, siehst du. Also klar, die fällt auch nochmal runter. Ich call's dir, die fällt runter. Boah, sieht schwer aus. Oh mein Gott, die ist heftig. Die ist gut, Alter. Hä, first try? Okay, Yui, wir müssen uns merken, die muss raus. Ohne Witz, Yui muss raus. Ohohoho. Oh, aber die andere ist aber auch lost. Yui, müssen wir uns kommen wieder in die Rundance. Yui muss safe raus, Alter. Die ist viel zu gut. Das ist gar nicht so leicht, first try. Guck mal, wie schwer die Sprünge sind. Ich würde es gerne auch probieren, aber ich kann nicht. Hä? Hallo? Checkt jetzt nicht. Ah, jetzt hat er es gecheckt. Okay, Lorraine ist raus. Jetzt wird sich, glaube ich, von diesen Hammer weggeschutet, glaube ich, Alter. Oh ja, siehst du? Oh nein, was jetzt, Alter? Boom. Einfach übers Becken auf den Beton geschossen worden, Leute. Das ist nämlich eine Info, die ich nicht gesagt habe. Jeder, der hier ausschaltet, wird einfach gedötet. Oh mein Gott. Okay, ab zur nächsten Challenge. Ich hoffe, ihr seid jetzt motiviert, es geht um euer Leben. Ah, das ist so miesig wie heiße Kartoffel. Kennst du das? Man hat so eine Bombe, die explodiert. Und wenn die explodiert, man hat sie im Moment in der Hand. Ach nee, das Mann ist kein Spieler, die steht da einfach nur so. Hier, oder ist doch ein Spieler? Ah, ist ein Spieler, ist ein Spieler. Ja. Oh ja, wurde weitergegeben an Carly oder wie die heißt? Ah, Charlie. Charlie, Carly, whatever. No. Ich bin jetzt safe erstmal. Ich bin hier in der Ecke. Oh, der wird sich. Bist du tot? Oh mein Gott. Nein, 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 das war eine andere. Ich bin's. Oh nein, Ben. Witzig. Nein. Ach, das bist du. Oh, ich habe vorher zum Glück die andere berührt. Oh ja. Ich wusste nicht, dass du es bist. Man sieht den Namen nicht. Ich chille hier in der Ecke. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, wenn du es dann... Oh, sie ist weg. Nice. Wer ist es jetzt? Ah, da. Die Ecke hat mir bis jetzt geholfen. Man muss halt gewinnen, ne? Weil selbst Zweiter, Dritter und so bringt dir halt nichts. Ich habe Angst in mir zu... Der explodiert jetzt. Ich glaube, die Zeit wird immer kürzer. Oh nein. Oh nein. Der ist genau vor mir explodiert. Ja, aber das ist ja egal. Solange du es nicht bist, das ist ja... Oh, jetzt bist du es, Evo. Ja, aber klar, dass du irgendwie weiter da kommst. Nicht mit, ich bin Rosa. Ah. Ah. Hä? Das war knapp, Evo. Charlie, oh. Nein, ich bin's. Sürfst du? Ja, ich glaube schon. Oh nein, Ben. Ich habe Jui rausgekickt. Oh nein, Ben, bitte nicht zu mir. Komm, schaffst du es schon. Na, ist schwierig. Oh, Ben, bitte. Nein. Sorry, sorry. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Nein, nein, nein. Komm. Komm. Ja. One second. Ah. Hä, die hat mich gar nicht berührt, das war übelst illegal. Oh nein. Ohne Witz, die hat mich echt nicht berührt, das war ein Lag oder so. Evo, du musst gewinnen. Wenn einer von uns gewinnt, können wir uns mal gegenseitig... Also, weißt du, dann sind wir ja safe. Ja. Weil nobody will safe mich nominieren jetzt, weil ich ihn so ehrenlos nominiert habe. Nein. Nein, Evo, das war schlecht. Nein. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Du hast nur Zeit. Chill, jetzt in der Ecke, jetzt kriegst du ihn. Nein. Oh, du hättest ihn jetzt gekriegt, safe. Nobody wird safe mich nominieren, Alter. Ich habe ihn richtig ehrenlos nominiert, jetzt wird er sich safe rächen, Alter. Nobody, du weißt, was zu tun ist. Richtig, ja, nee. Aha. Ach, man ist das sogar angezeigt. Nee. Ja, Jui, Jui ist stark, weil hast du die auch gemerkt, ne? Ja, ja, der hat dich abgezogen. Genau, richtig, richtig. Guck mir die an. Also, jetzt lustig gewesen, wenn er dich auch nominiert hätte. Ja, der hat einen Fehl gemacht, der meinte, wir sind Bros. Ja, was macht er jetzt? Schnell wähl jemanden, sonst werden wir zufällig gewählt. Ah, okay, hat schon, hat schon. Jui, Alter, Jui ist gar nicht so gut. Ich hätte mich im ersten Spiel mit Absicht schlecht gemacht, weil jetzt weiß jeder so, Jui, Alter, die muss raus. Jetzt vote in jeder Runde, safe jeder. Ja, das stimmt. War, glaube ich, taktisch nicht klug. Guck mal, sie freut sich aber trotzdem in ihrem Gesicht. Sammle, okay, Ausscheidungsrunde jetzt zwischen den dreien. Okay, die eine ist gequittert. Das heißt, One vs. One jetzt. Ah, Jui hat's direkt aufgegeben, anders. Addison gegen Alexis, der hat vorn rumgedanzt. Okay, sie müssen irgendwie die vier Passformen ... Äh, ach so, sie haben da vier Formen, so ein Spielzeug. Okay, die sind ja direkt alle bei dem Würfel, die Broke's List sind. Da hat ja der, der rechts spawnt, voll den Vorteil. Hier dahinter ist nämlich noch einer. Er ist vorbeigelaufen. Doch. Hat das? Was er eben gerade in der Hand hat, ist weggebackt. Oh ja. Hä? Ja. Hat die eine schon gewonnen? Ach, es konnten zwei gewinnen, kann das sein? Und weil die eine nicht ist ... Ah, weil die eine schon gequittet ist, war direkt ... Ah ja, okay, mach die. Klar, es scheidet ja nur eine aus. Stimmt. Speedskating, direkt zum nächsten Game. Oh Gott, was ist Speedskating? Der Schlittschuh fahr noch schnell, oder? Sammler, ah okay, durch die Flaggen, in der Zeit, wo es angezeigt wird. Also in der Nummer. Okay. Verstehst du? Das heißt eins, zwei, herber rot oder blau, das ist egal. Oder durch die Mitte. Wird es angezeigt? Durch die Mitte? Ich glaube, durch die Mitte muss man. Ja. Save. Ah, Findgate 2, er hat geklappt. Wo ist die drei? Ich sehe die drei nicht. Äh ... Da ist die vier. Hier, drei, 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 hier, hier, hier. Ah, drei ist links hinten in der Ecke. Hier, 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 ich bin vor dir. Das sind die langsamsten Schlittschuhfahre der Welt. Okay, fünf ist da ... Oh, das Eis sieht aber nice aus, ne? Ja. Steht bei dir Findgate 5 auch? Ja, sechs jetzt bei mir. Okay, nicht, dass du durch irgendeine Ansicht durch bist. Nee, nee, nee. Boah, du hast gesehen, wie ich da durchgespeedet bin, Alter. Ja, bloß sieben. Ja, die checken nicht, dass man die richtigen Reihenfolgen macht. Guck mal, die laufen durch zehn und elf und was weiß ich, Alter. So schnell können die da gar nicht sein. Oh, das Ding ist, es bringt mir ja nichts, wenn du vor mir beendet bist. Ja, eben, dir bringt es nichts. Hauptsache einer von uns. Bleib stehen, Ben. 16. Ich bin mal gespannt, wird jetzt angezeigt, wie viele Dinger die hatten? Weil die hatten doch sehr richtig wenig. Die sind da durch 14, 15 gerannt, da waren wir doch bei drei. Das kann ich irgendwie nicht hingehauen haben. Leider wird das nicht angezeigt. Das wäre immer interessant gewesen. Ich glaube, da hatten wirklich drei Leute null. Okay, Nobody und Doe. Okay, da weiß ich ja nur noch drei Leute, die ich nominieren kann. Ich habe wieder die wertvolle Kette. Zwei von drei Spielen gewonnen. Und bei dem anderen Spiel, seien wir ehrlich, das war ein Cheat. Das war wirklich ein Cheat. Sie hat mich nicht bürgeriert. Ich habe die aufzeichnet. Mann, das ist voll mit cool da. Ich muss voll warten. Ich würde auch hier schneller. Hallo. Ja, wie sie so nein macht. Okay, dann gehe ich zu Evo. Handgetäuscht. Sie hat sich so kurz gefreut, aber nix da, Alter. Wie sie sich so umdreht. Ja. Sie ist traurig, Ben. Okay, was müssen wir machen? Rocket Launch. Immer. Ah, von unten nach oben. Oder so. Ah, okay. Man muss dann ganz da rum und den Button drücken. Ich würde das auch gerne mal machen. Ohne Witz. Ich würde die Spiele auch spielen. Nominier mich mal. Ja, okay. Aber ja, wir müssen, glaube ich, sowieso nächste Runde mindestens. Ja, ja. Nee. Doch. Ja, doch, hast recht. Links und rechts, ganz, ganz knapp. Aber ist ja egal eigentlich, weil es ja nur entscheiden, wer letzter ist. Er hat eine Rocket auf dem Rücken. Ja, okay. Okay, links ist durch. Checkt aber nicht, dass man den doch. Hat schon mal drückt. Das war aber knapp. Guck mal, jetzt kommt der in der Mitte auch. Ja. Tschüss, Charlie. Wieso freust du dich? Das ist doch eigentlich egal, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich wollte netz sein. Aber jetzt ist Charlie auch da. Das war knapp. Oh nein, was passiert mit Charlie? Oh, die Luft gesprengt, Alter. Ab, ab in den Space. Ciao. Auf die NASA Space Shuttle Station, Alter. Hochgekatapultiert. Aber da ist kein Sauerstoff. Ja, mein Gott. Das hat sich bei der Überlegung jetzt keiner gedacht. So. Nächstes Spiel. Wolke 7. Kollekte die meisten Punkte. If you fall, you score. Oh, Reset. Das heißt, ganz wichtig, dass man nicht runter... Oh Gott, ich habe keine Haare. Ich auch nicht. Ach so, man springt sau hoch. Okay, das heißt, man ist auf jeden Fall safe. Man muss Kugeln... Nein, er hat mir den geklaut. Kuh? Kugeln sammeln, habe ich gefragt. Ach so, ich habe schon Kugel gedrückt. Ah. Oh Gott, ich bin fast runtergefallen. Sind die unterschiedlich wert? Das ist jetzt eine entscheidende Frage, die man wissen müsste. Ah, blau gibt plus 1. Stand gerade da. Bei rot stand nichts dran. Ja, irgendwie stimmt. Manchmal steht da nichts. Aber gerade stand da plus 1. Oder ich habe es mal eingebildet. Das kann durchaus sein. Aber ich habe... Doch, da steht was. Aber man kann es manchmal... Manchmal kann man es lesen. Der rennt genau da lang, wo ich lange renne. Kann der mal aufhören? Du darfst halt... Plus 1. Rot. Okay, geh mal gleich viel, glaube ich. Plus 5. Grün. Als ob. Grün gibt, glaube ich, signifikant mehr. Oh, du Arschloch. Oh, ey. Das warst du eh nicht, du. Blau? Doch. Ich glaube, das war ich. Nein. Wenn doch, dann nehme ich... Warst du grün? Ja. Ja, das war ich. Ich nehme... Oh, ich dachte, ich fall runter, Alter. Ich dachte, ich auch. Ja, das war nicht gut. Ich habe die grünen halt nicht so viel. Oh, Ebro, du hast gewonnen. Ohne Witz. Das war diese eine, die du mir geklaut hast. Das war nämlich ein Fünfer. Dann hätte ich gewonnen mit 40. Und du hättest nur, oh Gott, Mathe, 37. Nein. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Ja, wenn du nicht nominieren. Nein, hallo. Ich meine, es wäre zwar geil, das Spiel zu spielen, aber es ist auch ein gewisses Risiko. Ja, das stimmt. Oh, jetzt hast du auch die Kette. Ja. Die passte ja wie angegossen. Die hängt wie so... Wie hast du was, so Ärzte haben, wenn die so den Herzschlag so hören wollen? So sieht das aus. Guck mal, die Arme, die wurden jede Runde gewählt. Ohne Witz. Ich glaube, wirklich jede einzelne, oder? Ja, ich glaube auch. Aber sie hat sich durchgeschlagen, die Gute. Oh, es tut mir so leid. Sie schafft es noch mal. Es ist auch Übung. Wir haben danach nur noch eine Runde. Dann ist nämlich Finale. Warum ist er so langsam? Er macht dummes System, glaube ich. Oder? Denkst du? Ich hätte erst mal alle Einser gedrückt, alle Zweier und so weiter. Nee, nee, ich hätte der Reihe nachgemacht. Sie macht es rechts. Oh, links ist schneller. Ich glaube, das sieht nur... Nee, sie sind sehr... Nee, sie sind eher schneller. Hä? Nee, links ist schneller, safe. Ah, ja, ja, eher solcher links, Alexis. Hä, was macht der jetzt? Ist er eingepennt? Er guckt um sich herum. Hä, er ist eingepennt. Jetzt weiter. Das hat ihn den Sieg gerade gekostet. Was war das? Weiß nicht. Doch, er ist aber immer noch... Obwohl er rumgechillt hat, gewinnt er einfach trotzdem. Lol. Obwohl er zwischendurch eingepennt ist, Alter, er hat trotzdem gewonnen. Oh, es tut mir so leid. Ey, die hat sich aber so durchgekämpft. GG. Tschüss, Ella. Was passiert jetzt? Oh nein. Wird die runter... Aber die fällt wenigstens ins Wasser. Alter, die Fontäne einfach 50 Meter hoch. Da ist ein Buckelwahl ins Wasser gefallen. Okay, sie schwimmt noch, also lebt sie noch. Ja, okay, alles super. Okay, jetzt kommt die letzte Runde vom Finale. Finale, die letzten drei kommen nämlich dann in das heftige Finale. Und wir sind ja jetzt noch vier. Schach. Ich bin richtig gut im Schach. Also in der Erste. Ich glaube nicht, dass wir hier nochmal Schach spielen werden. Ich glaube auch nicht. Okay, richtig gut. War auch übertrieben. Okay, sei der Letzte auf dem Schachbrett. Und was passiert? Boden geht weg. Ah, okay. Ja. Der Klassiker. Ja. Einer von uns muss gewinnen. Alter, voll das schicke Outfit. Lass Alexis mal trappen. Ich trappe ja gar nicht. Also einfach nur zu überleben. Boah, das ist übelst gefährlich. Man sieht die. Oh, ich bin fast gestorben direkt. Oh, die Sachen kommen zurück. Oh ja, nass. Einer ist schon tot. Ich bin auch tot. Der Druck jetzt auf mir. Oh nein. Bist du mit Alexis nur noch dort? Nee, mit Nobody. Oh, ich bin mit Alexis unten. Ach, es geht dann weiter? Äh, nee, nee, nee. Der, der zuletzt oben ist, der darf, glaube ich, wieder nominieren. Naja, safe. Ich dachte, es gibt mehrere Etagen deswegen. Ach so. Nee, nee, nee. Jumping wurde deaktiviert. Ja, ich bin tot. Ah, das wusste ich nicht, dass das irgendwann passiert. Da wäre ich anders gelaufen. Oh. Nobody hat gewonnen. Okay, der wird uns drei jetzt nominieren. Dich, mich. Nee, zwei, zwei. Ah ja, zwei. Die Nominierung findet statt. Also, er wird safe Alexis nehmen, aber nimmt er dich oder mich? Das ist die entscheidende Frage. Ich weiß es nicht. Mann, aber ohne Witz. Er wusste, dass man irgendwann nicht mehr springen kann. Das wusste ich nicht, weil ich das erste Mal gespielt habe. Er ist ein heftiger. Oh, er hat aber auch nur einmal gewonnen bis jetzt. Zweimal. Nee, der hat einmal gewonnen. Da steht wins eins. Also, das Game allgemein. Okay, er hat Alexis gewählt. Ach so. Okay, aber wen noch? Er steht bei mir. Er hat dich gewählt. Macht er jetzt wieder sein. Okay, eins gegen eins, Evo. Du kannst jetzt ins Finale kommen. Zeig, was du kannst. Es ist so knapp, Evo. Es ist abnormal knapp. Ja, aber das war richtig illegal, weil du warst eigentlich doppelt so schnell und trotzdem warst voll knapp irgendwie. Oh, ich bin gerade so glücklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Was passiert jetzt mit ihm? Er fällt runter. Hui. Hä? Er ist doch gar nicht da drin. Hä? Er steht da. Er steht da. Er ist gar nicht da. Hä? Okay, jetzt das Finale. Elimination Tower. Okay, Ben. Alles oder nichts. Drew? Okay. Der hat ja die Runde davor schon gewonnen. Der hatte Übungen. Der hat es echt wieder ins Finale geschafft, der Gau. Ja. Obwohl ich am Anfang gewotet habe. Okay, ihr müsst den korrekten Schlüssel finden. Er schreibt viel Glück. Ja, wie korrekten Schlüssel finden. First you need to jump. Da muss man jump to jump. Okay. Alright. Jetzt drin hier Schlüssel? Ja, ja. Anscheinend. Dann jump, jump. Dann durch die Spinner. Okay, ist auch klar. Na, dann den Torm hoch. Ist auch klar. Das ist gar kein Ding. Boah, das sieht schwer aus. Das sieht richtig schwer aus. Und dann auf dem Button. Okay. Okay. Ich habe verstanden. Aber das mit den Schlüssel, muss man gleich mal gucken. Ja. Der erste Spieler, der das grüne Podium trifft, ist der Champion. Welche Schlüssel denn? Ich sehe keine Schlüssel. Vielleicht kommen die jetzt gleich noch. Ja, ich hoffe so. Drei. Drei. One. Ah ja, okay. Team Rot. Ist es nicht. Gelb. Muss man die einfach anklicken? Ja. Pink. Nee. Ja, ich habe es. Oh, verdammt. Nicht die erste? Ja, aber ich bin die erste. Boah, das ist schwer, Alter. Oh, jetzt habe ich es. Nice. Erste geschafft. Der Obi-King, alles steht auf dem Spiel. Ja, machen wir mal noch knapper hier. Bist du aber noch nicht raus? Doch, 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 doch. Ich bin jetzt hier auch unten. Nein. Oh, ey. Ich werde dritte. Ich werde, glaube ich, wirklich dritte. Nein, nein, nein. Okay, no, war die so. Ach, verdammt. So, der, ach, na. Oh, safe nochmal. Ich bin ein bisschen runtergefahren, aber was safe? Ich bin so nervös. Alter, das ist so schwer dann hier. Oh, ey, er holt mich auf. Er überholt mich, meinte ich. Es ist abnormalschwer dann da oben. Hallo. Ja, du wirst gleich Spaß haben da. Bist du auch runtergefahren? Oder bist du noch ganz oben? Ich bin noch oben. Als ob, Alter. Ey, ich fall dauernd runter. Ich bin so schlecht. Ich habe es geschafft. Als ob, ich hatte so den Vorsprung. Aber ich habe es selbst, ich habe es verkackt, Alter. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich bin da mehrmals hängen geblieben. Als ob, ich war, glaube ich, richtig knapp vorm Ziel. Ja, oh mein Gott. Glückwunsch, Ebro. Feuerwerk für dich. Und Merry Christmas, was ein äußerst fragwürdiger Name ist. Wünscht ja auch Glückwunsch, wer auch immer das ist. Oh nein. Ja, schade. Ich hatte fetten Vorsprung, aber auch fett verkackt. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button für einen weiteren Part. Vielleicht können wir dann endlich mal gewinnen. Abonniert meinen Kanal natürlich auch kostenlos. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benzott. Tschüss. Tschüss. Tschüss.